Ja, hi, ich bin Shantai, Shantai Jansen. Ich komme aus Ratingen und bin professionelle Sängerin und vor allen Dingen eine Sängerin der vier und der Show. Wahnsinn! Hallo, ich bin Konrad, ich komme aus München und ich bin Profisänger und Gitarrist und Multi-Instrumentalist und Songwriter auch. Ich bin da sehr, sehr stolz und froh, mit Leuten gearbeitet zu haben, wie Max Giesinger oder Sarah Connor, aber auch alteingesessene, für die Leute, die es vielleicht noch kennen, Peter Bursch. Also ich selber spiele auch Gitarre und habe quasi mit seinen Gitarrenbüchern angefangen zu lernen, so richtig blim, blim, blim vor dem Fernseher. Gefühlt 20 Jahre später stehe ich heute quasi mit ihm auf der Bühne mit seiner Band-Bröse-Maschine, die es halt seit den 60ern gibt. Aber mein Herz schlägt für Rockmusik. Und das darf ich hier ausleben. Rockmusik, ja. Ja, da fällt mir ein. Genau, ich habe auch mit vielen Acts gespielt. Rockmusik zum Beispiel. Jürgen Drews, mit dem habe ich viel gespielt. Der ist ja eigentlich auch ein alter Rocker. Und genau, Vanessa Mai. Aber da war ich eben meistens als Instrumentalist im Hintergrund. Und deswegen finde ich es toll, dass es jetzt bei dieser Show bin ich das erste Mal vorne, vorderste Front. Und ja. Jetzt bist du das da. Jetzt bin ich das da. Und ich freue mich drauf. Das ist Wahnsinn.